Eine Runde mit Leid für Dagi Bee Du Uffs! Schwingst du das? Hallo Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal! Heute mit einem Special Guest und zwar Marcel Hallo! Und mit der lieben Dagi Bee! Hallo! Ein Hund ist hier noch im Raum, wie ihr vielleicht hört Hast du auch wieder zu träumen jetzt? Komm, entspann dich! Okay, ihr spielt heute! Ich hab noch nie... Was passiert dir grad noch? Ja, dann kommt so laut! Auf einmal? Wird die Kamera an! Das ist direkt... Wir setzen uns mal zusammen und spielen eine Runde Ich hab noch nie, weil das ist ja eine sehr allzeit bewährte und beliebte Reihe Aber ihr müsst euch auch was überlegen, was ihr macht, wenn ihr schon mal habt Äh... Hast du doch was in deinem Getränk? Ja, dann hol ich mir Wasser Mann, Vorbereitung! Okay Leute, wir haben uns jetzt Getränke geholt Weil immer wenn wir was schon... Also ich erkläre ganz kurz die Regeln Marcel sagt jetzt, ich hab noch nie ein Brötchen gegessen Wenn wir schon mal ein Brötchen gegessen haben Dann müssen wir es trinken wir Ich hoffe, man versteht's Okay, wir machen das Ganze mit YouTuber-basierten Fragen Ich habe noch nie einen YouTuber oder eine YouTuberin ohne Grund angebieft Was heißt denn ohne Grund? Ohne Grund? Ja, für Frauen ist ja alles ein Grund Kann irgendeine x-beliebe Person eine Insta-Story machen und du machst ein Hate-Video gegen sie? Nein! Und dein Hate-Video Aber das war doch nicht ohne Grund Ja... Das war alles ohne Grund Ja, das war alles gar nicht ohne Grund Okay, gut Ohne Grund ist ja unnötig Okay, ich mach so einen halben Stück, okay so Oh... Sie ist doch Actress, hallo? Sie ist keine YouTuberin Ah, sorry, sorry Ich hab noch nie ein Video wegen unzufriedenstellenden Aufrufen umbenannt Boah, ich weiß es gar nicht Aber bestimmt Sonny ändert den Titel schon mal drei bis vier Mal in der ersten Stunde Das hab ich mal gemacht, aber weil ein Titel zu krass war Okay, wir gehen eine Stufe weiter Ich hab noch nie ein Video wegen zu wenig Klicks gelöscht oder gewagt gestellt Schmeckt das Wasser gut? Ja Hast du schon einiges getrunken? Ey, was hast du? Es ist Leidungswasser, ich hatte Leidungswasser Aber können wir das irgendwie lecker halten in Berlin? Ja, es ist so verkalkt in Berlin Ja! Das ist einfach ein bisschen über verkalktes Leidungswasser sprechen Ja, genau Im Titel in Berlin ist das Wasser sehr kalkhaltig Mit der Gubi Ich hab noch nie... Das Kittel wird so ein Wasser voran Einfach so ein Wasserhahn Irgendwas Ich hab noch nie ein Deal oder eine Kooperation gemacht Ja, das vielleicht eher auf der Geldebene stattgefunden hat Also das war... Du stand nicht hundertprozentig dahinter, sondern du hast es gemacht Hast du nur die Seele verkauft, meinst du? Ja, genau Ich hab noch nie meine Seele verkauft für eine Kooperation Da muss ich leider trinken, aber... Das war 2012 Ja, okay Das war meine erste Kooperation und die hatte ich gleichzeitig mit Bibi damals Und deshalb haben wir uns auch kennengelernt Damals war alles noch ungekennzeichnet, oder? Ja, klar Du musst jetzt trinken, ja? Okay Ich hab noch nie eine Videoidee exakt kopiert Ich weiß nicht, aber... Naja... Doch, schon Titel, Thumbnail... Es gibt ja welche, die kopieren die Thumbnails 1 zu 1 zum Beispiel Ja, so krass war ich nicht Geht alle auf ihren Kanal und sucht Genau Ich war noch nie neidisch auf die Klicks eines anderen Bei irgendeinem Video Aber Neid ist voll scheiße Ich hasse mich dann immer so, wenn ich... Also man vergleift sich halt in dem Business-Fall viel Und dann denk ich mir so, wie... Warum macht er mit so einer Scheiße so viele Klicks? Mein Video ist genauso Also das ist bei mir eigentlich nicht neidbedingt, weil ich hab eigentlich genug so... Sorry Nee, aber weißt du, was ich richtig scheiße finde Manchmal, wenn halt... Wenn ich mir so richtig viel Mühe gebe Die gebe mit etwas so... Also seht so ein Lookbook, wo ich dann wirklich 5 Tage lang sitze Ja, ich treme nie Lookbooks, weil die immer so wenig Klicks bekommen Ja, eben Oder? Und dafür machen die voll viel Aufwand Ich hab halt so ein anderer als so... Keine Ahnung, wie viele klicks auf so ein Video, was in 10 Minuten hingerotzt wurde Street-Umfrage Warum nie traurig, dass ein Video von mir nicht in den Trends war? Nee, das bringt doch gar nichts Ja genau, Trends... Okay, ja, also Trends bringen nur Hate Das stimmt Ja, da kommt immer so ein Video von mir bei den Trends Und da dachte ich mir so, warum? Das ist jetzt genauso ein Thema, wo ich bisschen so kritische Sachen anspreche In den Trends... Ich nutze mich auch nie Trends Ich auch nicht Mich weiß gar nicht Ich nutze mich echt nicht Habe noch nie Tags benutzt, die nicht zum Video gepasst haben Gab es sich ja bei dir diesen Shitstorm, wo du immer so... Mario Barth oder Tifo Total oder so gemacht hast Achso, ja, weil ich Tifo Total war und voll viele... Das war so mein größtes Merkmal Also wenn man Dagi wie ein Gamer kam, so Tifo Tifo Tifo. Das ist das heimlichste Auftritt meines Lebens war Das war mein erstes Interview und ich... Also der heimlichste war... Rund und Bodengeschäft für diese Scheiße! Oh! War das das mit den Kartoffeldingens, Leuten? Nee, das war davor Bibi zusammen, oder? Da hat Stefan Rath mich gefragt so, was macht sie denn sonst so auf YouTube? Oder irgendwie so was hat er mich gefragt und ich wusste halt keine Antwort darauf Das war mit so... So, so... Keine Ahnung und ich so... Ich fahre aufgemacht und ich so... Aber der hat auch immer so scheiße dargestellt Mega, das war so schlimm Ja, wie viele Videos machst du dann sagt man so drei Und dann sagt der so, wow, das ist ja nicht so anschlussvoll Und was hättest du da zu sagen? Der peinlichste Auftritt war der, wo ihr mit dem Film da war Ja, wo FlashTorger so ein Witz gemacht hat Den hat es so oft schon angucken, nicht einfach... Ja, aber peinlich! Du hast nicht ein einziges Wort auch gesagt, glaube ich Nee, ich wurde mit Wasser beschwertet Ja, stimmt, das stimmt Das war aber FlashTorger macht so einen Witz Keine Ahnung Und er lacht so und niemand lacht und es ist so richtig still Und dann denk ich nur so... Oh... Echt? Okay, ich mach mal weiter Mach mal weiter Mach mal weiter Hate für krassen Clickbait bekommen Ja... Ja, es hat nicht jeder unbedingt Klar, also jeder YouTuber hat mindestens einmal schon so einen Hey-Kommenter bekommen Ja... Ja, ja... Mirella hat das immer voll das gute Video gemacht, ne? Da hat sie so, ich weiß nicht mehr wie das heißt, sorry, aber... Ich finde sie hat eine korrekte Einstellung Mir relativ egal, oder? Ja... Ich hab noch nie ein Instagram Bild so hart bearbeitet, dass man mich kaum noch erkannt hat Ja, aber ich hab's noch nicht hochgeladen Kennt ihr das? Ich bearbeite manchmal so Bilder auf Reserve Und dann guck ich's mir so zwei Tage später an und denk mir so... Zum Glück hab ich's nicht gepostet Also manchmal, wenn die Haut so übertrieben weich gezeichnet ist Oder die Augen... Früher... Früher, das ist richtig schlimm So das Facetune gerade rauskam, jeder übertreibt so richtig, fast gar keine Falten mehr So gar nix so Das hat das zum Glück erst seit einem Monat oder zwei Also ich hatte da auch immer das glatteste Gesicht der Welt, als Facetune rauskam Boah, Timo war richtig schlimm immer Der hat so dunkle Augenbrauen, das ist nicht... Aber das hab ich immer... Das hab ich immer gesehen Und er war so mega feist in den Augen Aber du hast es auch manchmal gemacht Genau diese gleichen Augen haben sie dir Ich find Facetune muss man auch echt so mega so... 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 Ich mach immer so... Oh, das ist echt ne coole Frage Also wir haben jetzt hier die Backupfragen am Start Ja... Ähm... Ich hab noch nie gezwungenermaßen einen Fan umarmt, obwohl er sie sehr gestunken hat Ich hab Sven dann erst mal später mitbekommen Ja... Manche rechnen halt von der Schweiß und die so... Es ist halt... Ja... Passiert... Ja... Die Jo hab ich auch jetzt so mit 13 oder so kennengelernt Ja ist halt so... Ja aber ich mein... Manche sind halt in der Pubertät Und da merkt man was... Ja... Ich weiß nicht... In der Situation sind die auch immer sehr aufgeregt Ich hab selber manchmal so Momente Wo ich dann irgendwie so zu meiner Haut zuhause ankomme Und Marcel mir dann sagt so... Alter du schrinkst von der Schmerzen Wenn ich nicht mehr so... Ey, was hab ich das denn schon mal gesagt? Was hab ich das schon mal gesagt? Das hab ich vielleicht einmal oder so... Ja... Aber na und? Der Moment war schon mal da und dann war ich da wirst Aber ich bin auch immer ehrlich so Und ich sag auch immer... Ja... Ich hab noch nie ein Placement gemacht, ohne es komplett zu kennzeichnen Ja aber... Wo es halt noch nicht sein musste wahrscheinlich Dreh ihn aus, wer geschossen Ich weiß nicht... Ich hab damals... Hast du doch Niacosa? Hast du mir schon mal erzählt? Ja... Das... Das war halt so... Aber wir haben halt nie gesagt bekommen, wir müssen das kennzeichnen Niacosa? Ja ja das war halt so... Damals haben wir so... Produkte bekommen Das ist so eine Website, die kann man auch kaufen, gell? Ja ja genau Ist eigentlich ganz geil so Waren auch coole Produkte Aber... Das musste man nicht kennen... Also das musste man nicht kennen... Es ist ja erst mittlerweile so richtig krass, dass man es wirklich muss Ich mach es halt immer Seit drei Jahren mach ich es halt wirklich immer Das ist sehr löblich Es gibt noch einige Leute, die es immer falsch kennen sollen Ich hab nichts mehr drin Das ist nur ein bisschen... Also kann das einfach so tun So jetzt kommt meine Lieblingsfrage Ich hab noch nie ein Video mit einem YouTuber... einem anderen YouTuber gedreht Obwohl... Mitten im Video Das ist ja unglaublich fast Sorry Ich hab noch nie ein Video mit einem anderen YouTuber gedreht für die Klicks Obwohl ich ihn oder sie nicht mag, Sonica mitzuträgen Hä mit wem denn? Mit Dagi Achso ja stimmt Ohhhh Okay ich geh dabei Nee also tatsächlich nicht Danach mach ich schon mal welche nicht Ja Ich hab noch nie von einem... Okay Ich hab noch nie einem anderen YouTuber die Speicherkarte geklaut Hä? Liebe Grüße an die Leute, die es schon gemacht haben ja Hä? Nein warum denn? Die hab ich doch... Die hab ich schon bestimmt mal geklaut Ja okay stimmt mir Ja ich hab die auch bestimmt irgendwie manchmal geklaut Ich hab noch nie Urheberrechte... äh... Rechte verletzt Und danach so beteiligt, ob ich es nicht gewusst hätte Ja was hat denn das... Da kommt doch keiner mit Naja Titel Urheberrechtsverletzung Ich hab noch nie mein Schnittprogramm beleidigt oder bin ausgerastet Immer Was sag ich immer? Dreck Hör dich wieder auf Dreck Ja Das mag ich immer voll wenn du dich sagst Dreck? Ich sag immer so das Dreckauto so Ja Auch Menschen sind dann Dreck Alles dann Dreck auch immer Ja alles ist Dreck Achja ich hab noch nie ein Video auf 10 Minuten gestreckt Ja ey Nochmal kleiner Freestyle hier zu Ende Ey auf einmal Nein nein da war es mir so unangenehm bei meinem Schnittprogramm Da hatte ich ganz ganz neu so ein... also Sony Vega Benutze ich jetzt aber nicht mehr Mhm Und das hat bei mir immer so Fehler gehabt ne Und ich hab irgendwie auch so aus der Musik so voll lang gezogen Ey das ist mir auch mal passiert weil es auch so ein Hate gekommen war Ja ich auch Ich hatte einfach 4,5 Minuten Black Screen Und es ist genau die elchen Minuten sind dann voll geworden ne Ich dachte mir so Alter das war so peinlich Ey ohne würde es mir auch passieren Ich hab den Hate meines Lebens bekommen Ja Das war eigentlich keine Ahnung Aus der See Ey ohne passen dann war dieses Oben Kennst du so wenn man halt äh Wie nennt sich das Die Ränderregion Die Loop Region Nicht Loop ähm Loop Loop Oh wie heißt das Äh 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 Wasserzeichen So das Wasserzeichen hab ich zu lang gezogen Ja okay das stimmt Ja genau aber so ne Kacke so Das regt so auf Gott ehrlich Ey ich hab so ein Hate bekommen Das war so schlimm Wie ihr es immer anguckt was ihr noch geschnitten habt Eine Runde ist leid für DagiV Okay Leute ähm Falls ihr jetzt noch äh Ich hab noch Fragen an uns habt Die ihr gerne beantwortet haben hättet ne Dann schreibt sie jetzt mal in die Kommentare Gebt dem Video einen Daumen nach oben Schaut bei DagiV vorbei Und natürlich auch bei Marcel Außer ihr müsst ihr das nächste Video von Marcel abchecken Denn wir sind immer nur von Spook Summer Und ihr wisst Ich kann es nicht mehr erklären Aber ihr wisst schon 1 und 2 und 3 und 4 Erklärung der Neh Genau und äh ich würde sagen Bis zum nächsten Mal Leute Tschüss Tschüss Was ist das denn? Erschrocken oder? Ja? Ja ok Man das hätte ich vloggen müssen man Das sind immer die besten Aufnahmen der Welt ey Ok 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 Da wird auf jeden Fall eins dabei sein Wollt schon